Leute, wie ihr wisst, wurde vor ein paar Tagen, also als das Update kam, was geleakt und zwar im Epic Games Store gibt es ja jetzt im Moment so eine mega Sale Attraktion, wo man massig Sales und so für ein paar Spiele bekommen hat und Epic Games hat uns, oder für die meisten, also eher nur für den PC, ein Gratis-Skin-Paket, das heißt man kriegt ein Re-Skin von dieser Sprayerin, die gibt es in Lava-Version, einmal ihr Outfit natürlich, eine Lackierung, ein Rückenaccessoire und ich glaube eine Pickaxe war das, so, ich dachte mir schon beim letzten Mal, ich habe keinen PC, ich habe gar nichts, dann aber, es gibt GeForce, gibt es ja, das habe ich mir jetzt, ich glaube ich habe jetzt zwei Stunden dafür gebraucht, um mir das runterzuholen und es hat geklappt, es hat wirklich geklappt, hier, Lava-Assassine, es ist wirklich geklappt, es hat wirklich geklappt, das heißt, wenn ihr, ja, ihr müsst in GeForce, was weiß ich, IOS, geht ihr drauf, auf dem Handy, stellt euch einen Account, Mitgliedschaft, kostenlos, das geht, ist alles kostenlos natürlich, auch für Fortnite, mit einem Epic-Account-Daten reingehen, fertig, so, direkt sichern, das kann man, das ist ja so, quasi so diese PC-Version, ja, und hier kann man es machen, ich habe es, ich hätte nicht gedacht, dass es geht, aber es geht, also, ich kann das wirklich jedem empfehlen, wer sich das holen will und er hat keinen Leistungs-PC, ich habe keinen Leistungs-PC, ich werde wahrscheinlich doch nochmal einen holen, nur für diese Sachen, weil, ich denke mal, es wird in nächster Zeit nochmal sowas kommen, oder andere Sachen, ich weiß nicht, so, ein Skin selbst zu bekommen ist, muss man drei Aufgaben abschließen, setze Gebäude in Brand, jeder weiß, was ich eigentlich gerne mit Glühwürmchen rumschmeiße, überlebe Sturmphasen, 50 Stück, das sollte kein Problem sein, flüge Gegnern Schaden zu, 2100, das kann man überall machen, das kann man Gruppenkeile machen, das kann man im normalen Public machen, Arena, also, ja, richtig easy Aufgaben, also, für diejenigen, die sich das Paket so geholt haben, also über PC oder über GeForce, die können sich auf Playstation, Xbox, Switch einloggen und das dann so weiterspielen, so dass man hier die Aufgaben abschließen kann, kann, ja. Ansonsten, sag ich mal, geiles Verfahren, und die heißt Vulkan Assassinen, sehr nice.